Hi, ich bin der Tim. Ich bin der Inhaber vom Therapiezentrum Park Hermitien-Beyersdorf. Ich bin heute hier, um euch zu sagen, dass wir immer gute Leute brauchen. Wir haben die Praxis aus unserer eigenen Geschichte gegründet. Meine Frau ist Logopädin, also Sprachtherapeutin, und ich bin ein gelernter Hotelfachmann, also gar nicht aus der Branche. Wir sind 2014 das erste Mal Eltern geworden mit der Mia, und die Mia ist mit einem Gendefekt zur Welt gekommen, was heißt, sie hat eine geistige Behinderung und ist Autistin. Und die Mia ist jemand, die braucht eine ständige Versorgung, Logopädin, Ergotherapie und Physiotherapie. Und da haben wir festgestellt, dass es das zum einen nicht oft gibt, dass man einen Ort gehen kann. Das ist einmal der zeitliche Aspekt. Und auch wenn alle Therapeuten miteinander arbeiten können, und dadurch, dass es das nicht gab, haben wir entschieden, wir machen das für uns selber, für die Mia und für alle anderen Patienten dann auch. Dafür wollen wir unser Team auf jeden Fall erweitern. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020